Rundballensilage wird weltweit immer beliebter. Tanko hat für ein sicheres und hygienisches Ballenmanagement einen leistungsstarken Ballenteiler entwickelt. Mit der Ballenaufnahme hält eine hydraulisch gesteuerte Klammer Ballenfolie und Netz fest. Das Schneidmesser halbiert den Ballen. Die erste Hälfte fällt ab. Anschließend wird die zweite Ballenhälfte ausgekippt. Der Ballenteiler hält Folie und Netz fest zusammen und ganz einfach werden diese am Folienlager abgelegt. Das komplette Ballenhandling erfolgt mit Tanko bequem und einfach, ohne abzusteigen. Auch das direkte Befüllen von Futtermischwagen ist nun viel einfacher durchgeführt. Der Tanko-Ballenteiler schneidet die erste Ballenhälfte ab und portionsweise fällt das Futter in den Mischwagen. Sicher hält der Ballenteiler Folie, Netz und Restballen. Im nächsten Arbeitsschritt wird die zweite Ballenhälfte in den Mischwagen gegeben. Der Tanko-Ballenteiler hat viele Vorteile. Folienballen müssen nicht mehr von Hand aufgeschnitten werden. Viel Zeit wird gespart. Tierfütterung mit Rundballensilage wird bedeutend einfacher.